So hallo Willkommen bei einem Video von von Enno Lawrence von Enno Lawrence Heute zeige ich euch mal ein Schiff von ein Diamantschiff was ich selbst errichtet habe Gehe ich hier schon in die falsche Richtung muss? Ich muss ja auch die andere Seite der Brücke Dann werde ich euch ein Diamantschiff zeigen was ich auch Endesstrandes Da ist es schon Es erscheint schon Hier Das Das Hier Das ist im Prinzip ein Autoschiff Man hat hier eine tolle Aussicht Kann hier eigentlich auch eine Blumen setzen Sie Sie Sieht dann auf jeden Fall ein bisschen schöner aus Hier draußen können Dort oben in der Kabine des Käpt'n Sonst können wir auch noch noch einige Blumen setzen Wir wollen ja jetzt nicht das ganze schon voller Blumen haben Außerdem Hier gibt Hier Hier Dort ist schon auch ein etwas etwas bisschen anders Dort vor Dort 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 vorne Hier Hier sind zwei Sitze So So Mann Und Und soll ich euch jetzt mal zeigen was dort unten ist Dort an dieser Stelle Guck mal Guck mal Da ist Ende Da geht nichts mehr So Und 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 Da kann ich eigentlich auch noch ein Auto bauen Und 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 Das war's auch schon Und Tschüss Ich